Servus und hallo zu Carrion. Weiter geht's. Dieses Mal ist es ein Twitch-Livestream. Ich muss mal kurz testen, ob er ein Chit anzeigt bzw. aufnimmt. Alle Rassen aus. Hallo. So, machen wir mal einen Test hier. Ja, Chit wird aufgenommen. Wunderbar. Machen wir das weg. Ja, Rassen, hallo. Ja, ich brauche... Eigentlich wollte ich weiter Story-Spielen spielen, aber ich brauche jetzt gerade was, wo ich gemein sein kann. Aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ähm, jetzt machen wir mal fortfahren. Beziehungsweise, hier Rassen, ähm, wenn du am Rechner bist und Bock auf Multiplay hast, ähm, können wir es gerne machen. Können wir was anderes spielen, wenn ich nur kurz eine Runde oder so Carrion spielen. Wenn du Bock auf Discord hast, sag Bescheid. Dann spring einfach ins Discord rein. Ansonsten habe ich jetzt genug gelabert. Sorry, liebe YouTube-Zuschauer. Ist halt eine Live-Aufnahme. Jetzt geht's mal weiter. Wir haben ja schon einiges an Fähigkeiten gesammelt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es lang geht. Ist am Anfang immer... ...bisschen chaotisch. Wo war ich überall? Wo muss ich hin? Was ist überhaupt los? Oh, ja, ich habe es auf Twitter gelesen, dass du heute Pirater-Mensch warst. So, ähm, was, was hat man denn zu tun? Wo muss man hin? Also der einzige große Kritikpunkt, den ich an dem Spiel wirklich habe... Ah, ich kann Menschen fressen. Perfekt. Der schießt, ist, dass es keine Karte gibt. Geh weg, du schießt nicht mehr. So. Wir hängen nur Beine rum. Die nehmen wir mal mit. So, ähm... Ja, diverse Fähigkeiten haben wir gesammelt schon in dem Spiel. Wo ging's denn hier weiter? Zum Beispiel, wenn wir im Wasser sind, sind wir jetzt lauter Würmer. Das ist ziemlich cool. Und hier ist schon wieder der Speicherpunkt. Biomasse ausbreiten und speichern. So, der zweite von vier Speicherpunkt in diesem Abschnitt. Gut, hier ist so ein Stipsel drauf, da kann man nicht drunter, aber hier geht's ja rein. Hier war doch irgendwas, oder? War ich da nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Also, Karte wäre wirklich... Doch, hier war ich schon mal, wenn man die ja ständig angezündet hat. Nein, nicht wegschwimmen. Ich will euch doch fressen. Warte. So. Ich bin wieder einigermaßen ausgestattet. Das müsste passen. Wo ist da oben nur wer? Nein. Jetzt haben wir geschafft. Was macht der Hebel? Der macht da unten auf. Okay. Jetzt gehe ich aber erstmal wieder zurück zu dem Speicherdingens. Weil speichern ist in dem Spiel irgendwie ganz gut. Und man kann ja nur an die Savepoint speichern. So, hier ging's rein. Das mit die Würmer ist ziemlich cool. Jetzt kommen viele neue Bereiche, wo wir vorher nicht waren. Und das Spiel macht einfach so Spaß. Und das ist genau das Richtige, wenn man mal böse sein will. Was ja ein bisschen nervt, wenn man mit Menschen zwischendrin spielen muss. Hier eh gedrückt halten. Dann können wir uns da durch... schieben. Hier haben wir... Was haben wir denn hier? Okay. Hier kommen wir erstmal nicht rein. Das ist manchmal nicht ganz so ersichtlich, wo es jetzt hier wirklich weiter geht. Hier oben ist zu. Scheiße. Fuck. Fuck. Geh weg. Ah. Das war jetzt immer so schlau. Gut, dass ich gespeichert hab. So. Hier rein. Hier runter. Hier auf. Dann ging's hier unten weiter. Hattest du Fragen? Äh. Fragen. Nein. Fragen hatte ich eigentlich nicht. Hab nur ein bisschen... Hab nur ein bisschen was zum Spiel erzählt. Und bin hier grad... auf brutalste Weise umgebracht worden. Stopp. 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 Jetzt müssen wir mal warten, bis der nicht mehr in Alarmbereitschaft ist, da oben. Ich bin, ich bin groß. Ich muss den direkt fressen. So. Was haben wir? Was baust du überhaupt, Terrassen? Wenn ich mal fragen darf. Wenn ich mal fragen darf. Du bist am Rechner und grad am Sägen. Sprich, du baust da einen neuen Computertisch oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich bin neugierig. Da komme ich nicht weiter, weil da der blöde Stoppsel ist. Ich komme ihn sonst weiter. Ach, hier. Verstanden. Das haben wir ja erklärt. Bestimmte Dinge können wir nur machen, wenn wir so klein sind quasi. Zum Beispiel hier runterschießen. Das ist jetzt natürlich so ein kleines Problem. Jetzt komme ich nämlich hier, hier komme ich nicht durch. Hier würde ich durchkommen, aber hier komme ich nicht durch, weil kein Wasser mehr da ist. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ihr das jetzt... Oder? Was macht denn der hier? Kann ich den nochmal betätigen? Nein. Das ist ja doof jetzt. Wie mein das? Wenn ich Wasser rauf mache, ist er wieder weg. Der Durchgang ist wahrscheinlich wieder zu. Genau. Dann geht wieder zu. Das ist scheiße. Nix für den PC. Okay. Ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu laut jetzt gerade. Äh. Zwischendrin hat der Schuss. Ich hatte ja keinen Bock mehr mehr mit irgendwelchen Toneinstellungen rum zu ärgern. Der Tag heute, der... Das ist quasi der Tag, der 2020 perfekt zusammenfasst. Es ist... Egal, lasst mir das. Ich wollte ja spielen, weil ihr mich ablenken wollt. Ich rede nicht über den Scheißtag heute. So. Ähm. Warum geht das nicht? Ja. Jetzt ist zwar wieder zu hier, aber... Sonst kann ich angemessen. Ich kann da runter. Was halt einfach mal so gar keinen Sinn macht. Ja. Hier komme ich her. Ich bin hier. Hier. Was ich mittlerweile auch kann, sind so Tentakel-Bauern. Aber... Die bringen mir nix. Gerade. Hier könnte ich jetzt durch... Ha. Oh, ist das... Und hier oben kam mir nirgends hin. Aber ich kann hier die... Die Biomasse ablegen. Ah. Also an alle Zuschauer, wenn irgendwer eine Idee hat, wie ich hier weiterkomme, immer gern her damit. Tipps sind ausdrücklich erwünscht. Hier komme ich nicht durch, weil da zu ist. Ich brauche aber das Wasser. Weil ohne Wasser ist scheiße. Da komme ich nicht dahin. Auch wenn ich klein bin, kann ich nicht dahinter schießen. Ha. Kann mich unsichtbar machen, wenn ich klein bin. Oh. Ja. Ah. Ist das eine Scheiße? Kann man natürlich nicht weiterbringen. bringt mir hier den Fintakel was? Nein. Bringt mir gar nichts. Und hier komme ich so auch nicht durch. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal ganz zurück. Aber ich komme auch nicht mehr zurück. Ist das mies? Hier geht natürlich nicht. Nein. Hier auch nicht. Es muss nur einen anderen Weg geben. Aktuell komme ich nicht weiter. Ist hier irgendwas? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Es ist echt mies. Und vor allem, ich komme nicht mehr zurück. Es muss lösbar sein. Ich kann aber auch gerade nicht so klar denken. Hier auch nicht. Übrigens, Herr Rasten, falls du zufällig was hörst und nicht gerade irgendwas zerlegst. Park habe ich heute doch noch nicht aufgenommen. Also gestern nicht und heute auch nicht. Weil heute ging einfach gar nichts. Spätestens am Montag nehme ich auf. Aber jetzt im Moment wäre nicht so der gute Plan, irgendwas aufzunehmen. Sagt er während er gerade was aufnimmt. Aha. Ich komme hier nicht weiter. So eine Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Ich bin gerade komplett los. Ich bin gerade komplett los. Hm. Schau. Schaut mal das mal, wenn ich klein bin. Da kann ich ja... doch irgendwie ein bisschen mehr. Was kann ich denn hier? Hier kann ich schießen und nicht unsichtbar machen. Das bringt halt gerade auch nicht so viel. Warum kann ich eigentlich da runter? Was bringt mir das? Was bringt mir das, wenn ich hier unten bin? Irgendwas muss es ja bringen. Oder ist das einfach nur das Ausgleichsbecken? Was auch keinen Sinn macht bisher in dem Spiel. Hm. Hier oben wäre auch noch was. Ist das dann zufällig auch offen? Muss ich nochmal probieren. Hier. Ist hier offen. Aber hier oben nicht. Hm. Schön blöd alles. Weil halt die Soundkulisse von dem Spiel finde ich noch immer geil. Wenn ich da hinten rumbrille. Und da oben reflektiert irgendwas. Hm. Kann ich das hier, wenn ich hier jetzt einfach so mache? Nein. Da braucht ein Menschlein dazu. Eine Scheiße. Müsste doch einfach nur hierher. Geht aber nicht. Das ist Kuh halten. Kann ich einen auf Stachelbeere machen, oder? Das war Tapp und ne Kuh. Ja. Kuh ist unsichtbar. Bringt aber nix. Was? Eva. Schießen. Was mir auch nix bringt. Ich bin grad... Ich weiß grad nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Bräuchte da jetzt tatsächlich Hilfe? Äh. Jetzt ist wieder Wasser drin. Hier unten ist noch immer kein Wasser. Das kann ich nicht mehr bedienen. Hm. Boah. Boah. Liebe YouTube Zuschauer, das wird... wieder mal eine Scheiß-Folge. Weil einfach nix passiert und ich stehe am Schlauch. Wenn ihr dann die Lösung habt, denkt man... War ja eh so einfach. Ja. 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 Das bringt auch nix. Kann ich mit den... Tentakeldingern da durchnähen. Warum geht da einfach gar nix? Du verstehst grad überhaupt nix. Du verstehst grad überhaupt nix. Wollkommen verplant. Okay. Hier bringt man mal nix. Irgendwo muss ja... Irgendwo muss doch da hier noch was sein. Ähm. Kann man die Dinge vielleicht rausziehen. Hier nehmen wir die Biermasse wieder auf. Wär natürlich sehr gut. Nein. Das bringt mir nix. Das bringt mir nix. Ah. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie es da weiter gehen soll. So eine Scheiße. So eine... Ach Gott. Vielleicht sollte die YouTube-Folge einfach da nicht bringen. Vielleicht sollte die YouTube-Folge einfach da nicht bringen. wasser. Das wär ja auch schon mal ruflich. Hm. Hier halten bringt halt gar nix. Ein bisschen rumrollen, das bringt mir auch nix. Ich versteh's grad überhaupt nix. Hm. Schauen wir mal. Da komm ich nicht hin. Ah. Ah. Mega gut. Jetzt... Okay. Hier hab ich noch ein Menschlein. Das hab ich gar nicht gesehen. Okay. Das Menschlein muss... Das Menschlein muss da rauf. Okay. Ich hab's. Ich hab's tatsächlich. Die Menschen hab ich nicht gesehen. Ja komm, geh da durch. Dann gehst du da durch. Da und da her. Nimm mal den Menschen. Knack nicht, Fred. Du hast... Du hast ihn jetzt nicht wirklich gefressen, oder? Nein. So. Der Mensch, der muss da rauf. Der Mensch, der muss da rauf. Perfekt. So. Kann ich mit dem Menschen, wenn ich den vieren steuer, kann ich das machen. Boah. War das... War das eine scheiß Folge jetzt. Das mach ich jetzt nur und dann beende die Folge aber. Man ist schon wieder bei 22 Minuten. So. Na... Na, oder? Menschlein, ich brauch die da hinten. Jetzt hab ich die. Perfekt. So. Und jetzt kannst du den Hebel ziehen. Boah. War das mies. War das mies. So. Und jetzt bin ich aber hier. So. Jetzt haben wir das geschafft. Ich beende die Aufnahme an dieser Stelle. Sag vielen Dank für die Geduld und fürs Ansehen. Servus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.